Sound-Control. Er ist doch ganz gut geworden. Taycan Turbo, zweitstärkste Leistungsstufe und ich kann dir versprechen, du wirst keinen Verbrenner auf der Welt erleben. Du bist auch noch nie eingefahren, der diese abrupte Drehmomententwicklung hat wie der Taycan. Dann gibt es noch eine wichtige Sache bei so einem E-Auto, das nennt sich halt die Rekuperation. Die kannst du hier nochmal einstellen. Das heißt, du hast jetzt die Rekuperation ein. Das bedeutet, wenn du vom Gaspedal runter gehst, das kennst du von deinem Tesla noch, dann bremst er automatisch, also führt Energie wieder zurück in die Batterie und verzögert. So, Porsche hat sich aber gedacht, wenn jemand zum Beispiel auf der Rennstrecke fährt mit so einem Taycan, dann passt das nicht zu so einem Porsche, wenn der immer so stark verzögert. Das nimmt dem Ganzen irgendwie die Sportlichkeit. Das heißt, du kannst hier bei Porsche die Rekuperation ganz ausschalten, was dann dem Verbrenner schon deutlich näher kommt vom Fahrgefühl. Das fühlt sich wirklich fast an wie ein Verbrenner. Du hast immer noch so eine leichte Verzögerung, aber nicht mehr so, als wenn die eingeschaltet ist. Okay. Zusätzlich gibt es Rekuperation Auto. Ist auch sehr clever. Das fahre ich am liebsten beim Taycan. Weil das Auto selber entscheidet, lasse ich die jetzt an, schalte ich die ab. Je nachdem, wie gerade deine Streckenführung ist, Autobahn, Landstraße, schnell, langsam, wie deine Gasbefehle sind, entscheidet das Auto das selber. Und das macht er sehr gut. Okay. Was es auch geht, ist diese Segelfunktion. Das heißt, du fährst auf der Autobahn, gehst vom Gas runter und hast die auf Auto stehen, zum Beispiel, dann entscheidet der selber, okay, ich entkoppel jetzt alles und lass den Wagen so weit es geht rollen und so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das machen die anderen E-Auto-Hersteller auch nicht in der Form. Also wir holen jetzt den Björn. Der Björn ist unser Qualitätsmanager, der bei uns die Abnahmefahrten macht und guckt, ob alles mit den Kundenautos und Vorführwagen und so weiter in Ordnung ist, wenn die Jungs in der Werkstatt daran gearbeitet haben. Okay. Also der fährt jeden Tag sehr schöne Autos und kann dir vielleicht während der Fahrt noch mal ein paar Features zeigen, die jetzt im Stand vielleicht nicht so schön zu erklären sind. Okay. Da kommen ein paar Emotionen bei rüber, denke ich. Dann fahren wir mal. Ja, dann machen wir mal eine Runde. Okay. Schlussendlich ist nicht viel dabei zu sagen. Da hat er die Gänge, ich sag mal, die Gänge, okay? Genau. Du hast hier den Wahlhebel. Ich hätte ihn gesucht, ehrlich gesagt. Das Schöne ist beim Taycan, wenn du einsteigst, geht die Zündung von alleine an. Okay. Du brauchst dann keinen Schalter zu drücken. Wenn du den Ausmaß hast, wie bei Porsche, das den Schlüssel oder beziehungsweise das Zündschluss hier links. Ja. Auf der linken Seite, wie bei Porsche, nun mal in der Vergangenheit, ist links der Zündschluss. Also hier der Aus- und Einschalter. Wir fahren jetzt erstmal im Normalmodus los. Dann hast du die Rekuperation, kannst du manuell einstellen. Den Sound kannst du manuell einstellen. Ich finde es einfach, dieser Sound, der muss einfach sein. Okay. Den müssen wir einschalten. Kannst du das laut und leise machen? Nee, kannst du nur in dem Fall aus- und einschalten. Das ist ja wie ein UFO. Ja. Krass. Also dieser Sound, finde ich, ist Richtung Star Trek. Das kommt dem schon eher. Wenn dieser Falken anfängt loszuziehen, dann ist ja dieses normale Fahren. Aktuell dann dementsprechend kannst du loslassen. Also nicht Lenkrad loslassen, aber du kannst halt komplett dich jetzt von dem Auto fahren lassen. Aktuell jetzt, du weißt ja genau, hier in dem Bereich ist jetzt 70er Zone und die Assistenzsysteme arbeiten jetzt quasi voraus. Also der weiß das ja, oder was? Der weiß jetzt die Topographie, der weiß die Straßenführung. Nicht nur, dass er die selber per Kamera guckt oder vor uns jetzt ein Auto ist, was den passenden Abstand zur Geschwindigkeit reduziert wird. Aber das geht alles von ganz alleine. Krass. Ich trau den ganzen Sachen nicht. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ja, ich bin da ja ehrlich, auch ich habe anfangs meine Schwierigkeiten dabei gehabt, auch etwas Neues sich einzulassen. Schlussendlich ist es aber so, es ist wirklich erstmal nur ein Ausprobieren. Das macht jetzt aktuell alles das Fahrzeug. Wie? Du machst gar nichts? Ne, ich mache nichts. Ich lenke. Okay. Da hört jemand an. Schon cool. Kurze Frage zwischendurch. Klar. Klimaanlage hat er auch? Ja. Ja, ich habe links hier. Das wäre fantastisch. Achso, der hat er. Achso links. Also im Prinzip kannst du gar keinen Umfall damit bauen, weil der Brems ist ja komplett vorbei. Also du musst es halt immer, wenn du in das Fahrzeug reinkommst, musst du es halt aktiv sagen, dass du jetzt mit diesem Pit abgekürzt, Porsche Inno Drive nennt sich das, jetzt fahren möchtest. Dann hast du hier unten im Display eine zusätzliche kleine Anzeige, die grün wird, sobald sie quasi aktiv ist und bereit ist und fährt. Aktuell jetzt blau, weil er weiß, dass wir jetzt gleich in eine andere Geschwindigkeitszone kommen und er bremst den von ganz alleine ab. Ja. Da wir jetzt eine Ampel vor uns haben, bremst er nur deswegen ab, weil wir vor uns ein Fahrzeug haben. Stoppstraßen, Vorfahrt achtenstraßen, rechts-vor-links-straßen, Ampeln. Das kann er natürlich nur dann erkennen, wenn jemand vor ihm ist, der ihn einbremst oder du musst halt bremsen. Okay. Aber Kurven, zum Beispiel im Kreisverkehr, wo wir jetzt gleich zum Beispiel reinfahren, den erkennt er von ganz alleine. Der weiß ja gar nicht, was jetzt gerade vor uns noch alles kommt. Ja, das hat er. Der weiß aber schon allein durch die Kamera und die im Hintergrund hinterlegte Karte, was jetzt als nächstes kommt. Wenn ich abkann... Du gibst ja auch keinen Gast. Ne, weil er das macht ja von ganz alleine. Wo soll die Geschichte hingehen? Ja, das ist wirklich so ein bisschen die Frage. Wo soll die Geschichte hingehen? Ja. Und dann gucken wir mal, was der im Kurvenradius kann. Schuh. Übertreib nicht. Ich mach nicht. Oh shit, das ist ja wie Achterbahn. Ja, also wir haben jetzt gar keinen Stress gehabt, was die Fahrstabilität anliegt. Ja, ja. Ich stehe davon gemerkt, die Fahrt um zu schnell. Schneller als man vielleicht sonst eine Auffahrt hochfährt. Aber es ist nicht so, dass der Porsche das nicht kann. Ja. So, dann starten wir mal Sport Plus. Wir haben jetzt 120 auf der Autobahn. Wir haben hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wow. Okay. Ich halte dich lieber fest. Shit. Das war 140. Wirklich. Innerhalb von 500 Metern hast du Ruck zu 80 kmh mehr. Ich gebe ja jetzt kein Gas. Ich lasse also jetzt quasi ausrollen. Ja. Jetzt Ruck rekuperiert er schon. Okay. Das heißt, jetzt geht da schon wieder Energie zurück in die Batterie. Ja, du hast ja bei ihm jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Tesla ist, weil ich bin zwar den Tesla auch mal kurz gefahren, aber nicht jetzt wirklich sehr lange. Du hast halt rahmenlose Scheiben. Wenn du die Türe aufmachst, du hast halt nicht, dass die Scheibe in einen Rahmen hochfährt. Ja, ja. Hochfährt. Und dahingehend ist es wirklich so, dass wir hier durchaus ab einer bestimmten Geschwindigkeit einen gewissen Windzug hören, aber nicht so, dass wir jetzt sagen können, das dürfte zu einem störenden Geräusch führen. Okay. Ja, ich würde jetzt mal eben kurz, wenn wir jetzt hier die Autobahn verlassen, kurz zu einer Stelle fahren, da ist ebenfalls Landstraßengeschwindigkeit erlaubt. Und dann machen wir mal eben noch einen Launch Control Start. Oh, okay. Das sage ich dir, wie gesagt, da wirst du ja merken. Gerade eben habe ich dich ein bisschen überrascht sozusagen. Ja, ich wusste nicht warten. Ich wusste, was kommt. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Und dahingehend bei einem Launch Control Start, da wird es dann dementsprechend was anders sein. Und das ist der nur der Turbo? Ohne S, genau. Ohne S, genau. Okay. Bei anderen Fahrzeugen, die halt den hier nicht haben, auch Fahrerlebnis-Schalter genannt. Okay. Da gibt es dann halt eine Sport- oder Sport Plus-Taste. Das ist die einzige Taste, die du bei Porsche betätigst. Okay. Also ich finde es, um das mal adaptiv mit einem Wort zu beschreiben, es ist das Chamäleon. Überhaupt. Du kannst mit dem Auto sowas von gediegen, von A nach B fahren. Ökologisch, gewisserweise von A nach B fahren. Aber kannst im nächsten Moment durch ein Drehen eines Knöpfchens, kriegst du so einen Schlag in den Nacken, dass der eigentlich wirklich schon echt schlecht werden kann. Okay. Dann wechseln wir mal in den Sport Plus. Okay. Halten wir besser alles fest. Oh, okay. Das ist wirklich so. Ich meine das jetzt nicht. Ernsthaft? Das ist wirklich so. Bremse treten, Gaspedal, Launch Control. Oh ja. Ja okay, das geht voll auf den Bauch. War sehr schnell erreicht. Sehr schnell. Was hat der laut Porsche? Ich meine 3,0, 3,1 und der Turbo S glaube ich hat 2,8, 2,9. Also irgendwas um den Dreh. Kommt natürlich auf den Grip dann an, kommt auf die Straße an und so weiter. Und Porsche ist allgemein, das sind Autos im Prinzip, den kannst du immer fahren. Deswegen mögen das viele Ärzte, Anwälte und Co. Ja. Du bist sportlich unterwegs. Fällst nicht extrem auf, so als, wie sag mal, Ferrari, Lambo und Co. Ganz genau. Ja, also das ist immer noch seriös, bist du in so einem Porsche. Genau. Ja, ich habe einen Kunden auch gehabt, der hat das für einen, wie sag mal, einen Italiener gekauft. Ja. Und der hat dann was verkauft. Weil der meinte, die Leute gucken mich an, als wenn ich ein Verbrecher wäre. Ja. Mir ist warm. Es wird gleich kälter. Und dann mach dir mal 2 Grad kälter. Mir ist warm, ich habe Durst. Ich bin dran. Moment. Ich habe Hunger. Bitte wählen Sie eine Zeilennummer. Niemals. Abbruch. Meine Damen und Herren. Jetzt fahren wir. Nee. Hast du nicht Angst mit mir? Ein bisschen schon. Ist schön. Finde ich sehr, sehr schön. Also wirklich so von einer guten Porsche-Verarbeitung. Wovon reden wir? Ja, aber so mit dem Matten sind wir auch bei noch keinem gesehen, ne? Ja. Bei einem neuen Porsche oder so? Nein, aber auch. Entschuldigung. Ich muss eines sagen. Also, ich habe noch Qualitätsprobleme bei Porsche noch nie gehabt. Und auch noch nie gehört, glaube ich. Schöner Käppi hast du gewöhnt. Ja, ne? Gibt es bei uns im Shop. Nur so nebenbei. Oder bei uns im Laden. Oder bei uns im Laden. Oder bei uns im Laden in Kabinidfahrt, ne? Für die, die es eilig haben. Nicht abwarten können. Die es sofort haben wollen. Richtig. Ja gut, nicht jeder wohnt bei uns. Das ist egal. Das ist eine Reise wert. Das stimmt. Aber auch das Glasdach, ne? Riesig. Mama mia. Bis wohin geht das? Ich meine, bei der Vorführung im Januar, ja? Hab ich schon gesagt, das ist ein riesiges. Riesig ein Klopper. Also beim Fahren, dann sagt man erstmal, wie groß das ist. Aha. Also jetzt, wo ich das Auto fahre. Geiler Mann, 7000. Wie in der Achterbahn, ne? Das ist wirklich so. Geil. Aber es ist passend vom Klang. Zum Elektro. Zum Elektro. Ja, es ist nicht so, wie bei Dieselmotoren. Wie bei Dieselmotoren. Viele beschweren sich. Warte. Oh, dann finde ich, die beschweren aber Dings hier. Schön ist gut. Jetzt ist der Aus. Okay. So ein bisschen Star Wars. Ich hab's ausgemacht. Wenn's Aus ist, ist es wie eine S-Bahn. Wir fahren eine S-Bahn. Porsche. Ja, okay. Das ist geiler, finde ich. Also, wir mögen den Knopf. Gute Idee, Porsche. So sieht's aus. Naja, im Großen und Ganzen ein geiles Auto. Und? Und ab 105.000. sehr, sehr. Und? 05.000. 05.000.. Bö siendo du gut. Das ist toll. Gästereühne. Vielen Dank.